Ja, weißt du, irgendwo ist Schluss. Die Flieger, die kommen nicht zuerst, oder was? Machen die? Ne, ne, meine Flieger sind zu lahm, um irgendwie... Hallo, wo bleibt die hier? Ne, sind die langsam. Boah, und da kommt wieder die voll unterstützende Artillerie von den Schiffen her. Ja, die bringt mir sowas von gar nichts. Ja, ja. Ja, aber es steht überall immer sehr leicht. Ja. Aber die Flachstellung ist jetzt weg, okay. Ja. Dann zieh mal deine Fußsoldaten da weg. Hm. 100 Dollar noch, okay. Wobei ich eigentlich keine neuen Einheiten produziert hab. Doch, wobei ich hab hier, genau, ich hab ein Nachschubdepot ausgegeben. Das wird wahrscheinlich auch wieder zerstört. Würdet ihr bitte diese verdammten Grenadier wegballern? Bevor das Fahrzeug hier direkt in ihren... Ich guck mal, das hier ist ein Fahrzeug. Ich kann es nicht steuern. Ich kann nicht sagen, warte noch ein bisschen, da sind Gegner. Kann ich nicht sagen. Ich kann das Gebäude zwar verschieben, aber ich kann nicht sagen, hör auf zu bauen. Ne. Die Rohstoffe sind weg. Lol. Na gut, jetzt kommt es vielleicht, okay, die Kessel da drin. Okay, die Kessel da drin. Die kriegst natürlich nicht mehr. Doch, natürlich kriegst du die. Echt? Kriegst du die mit deinen Jagdfliegern? Okay. Ja, Bonbon, Jagdbonbon. Ja, Bonbon. Ja, Bonbon. Das ist alles rot. Hm. Ich werde jetzt mal die Panzer hier abziehen. Also sind das die Panzer von der rechten Flamke? Ja, voll. Aber geh zuerst mit Infanterie an die... Dings da ran. An die Pak. Ja, ich bin ja dabei. Ne, die Pak. Wobei, komme ich da hin? Ja, da komme ich sogar hin. Damit du da mit dem Panzer da das MGS kaputt machen kannst. Ja, jetzt muss ich erstmal an MGS überhaupt irgendwie woanders hinkommen. So. Ey, bau noch nichts, bau noch nichts. Das brauchst du vielleicht noch. Vielleicht noch. Ich habe jetzt hier wieder das Nachschubdepot und ich muss das sichern, weil von hier drüben kommt immer Infanterie her. Ach so, ja, stimmt, ja. Ja, wobei, das kommt eh nicht mehr rechtzeitig. Jetzt kommt die Infanterie. Ich kann sie nicht abknallen, weil ich zu dumm bin. Ach, und die greift natürlich gleich das Nachschubslager an, oder was? Ne, ne, eben nicht. Guck mal, okay, die greifen das Ding jetzt nicht an, aber die Wichser kommen hierher und wollen meinen Panzerschutzbunker töten. Ach, du hast da gar kein Infanterie her, stimmt, MGS. Ja, natürlich nicht, ich habe es abschießen lassen. Weil diese Wichser, ey. Hörst du, da geht es mir auf die Nerven, aber sowas von. Los, tötet die da, bevor er da weiter rennt. Macht putz schnell. Mit den zwei kannst du den die Packen. Ja, die Pack habe ich jetzt sowieso schon zerbombt. Ja. Ja gut, dann drück mal die Panzer. Die fliegen hier munter weiter, ey. Ob nichts wäre, hey, gegnerische Basis. Ja, mei. Sicher, Junge, sicher. Ja, solange sie nicht angreifen, wäre mir das egal. Ja, das egal. Darüber kannst du natürlich nicht, stimmt nicht. Ne, natürlich nicht, ey. Warum auch, ey. Wäre es voll sinnvoll. Wäre es sinnvoll, wenn ich mich bewegen könnte auf der Scheiß-Map. Nö, ich. Also, ernsthaft, das Game, ich meine, in der Beta war es echt ganz nett, aber so irgendwie gar nicht mehr, ey. Ja, es ist jetzt eben der Kampagnen-Modus. Ja, aber ich meine, er ist so unrealistisch begrenzt. Ich meine... Ja, bis jetzt, aber spät werden sie dir mehr Freiheiten lassen, sobald du alle Einheiten hast und die Mission schwer werden. Natürlich werden mir die keine Freiheiten lassen, weißt du, am Anfang, äh, in der Demo war es so, ich konnte, ähm, auch, äh, alle... Ja, ich habe halt in der Demo, war eine Mission irgendwie, und ich konnte in der ganzen Mission der, die komplette Karte habe ich eingenommen, bevor ich mein letztes Ziel, äh, erfüllt habe. Ja. Ja. Ich habe einfach alles platt gemacht. Mhm. Mhm. Und jetzt ist halt nicht mit einfach alles platt machen. Ich kann jetzt muss ich einfach die Strategie anwenden. Ja. Es ist scheinbar nicht mehr in. Jetzt kommen wir drei, weiß ich nicht was, Panzer. Ein Tiger, soweit ich mich erinnere. Ja, ist auch nicht unbedingt erfreulich. Hm. Na gut, haul auf, was du hast. Jawohl, 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 ja, dann mach mal, jawohl, hier. Oh. Die Panzer könnten hier auch mal bitte hier hinter, da wo ich sie brauche. Bitte schnell. Bitte schnell. Mach den Tiger plat und nicht die da hinten, die sind unwichtig, das ist nur maler. Boom, ein Panzer von dir auch fast geplant. Hm. Hm. Ja, aber überall Panzerleiter. Wäre schön, wenn sie drauf schießen würden, aber die tun ja nichts. Ja. 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 Und die Flieger, die machen nichts da vom Gegner. Nö, die können nicht, die sind dumm. Ja, ist ja gut für dich. Ja, ist ja gut für dich. Und das M-G-Nest lebt noch nicht, oder? Oder nicht mehr? Doch, doch, da steht eins aber. Nein, ich meine das untere da, das du da beim anderen gemacht hast. Nö, das ist tot. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das zu bauen. Ich brauche meine Ressourcen. Ich habe jetzt hier eins hingestellt, weil hier immer die Infanterie daherkommt. Ja, schon, passt schon. Ja, schon, passt schon. Wenn meine Panzer so lahm sind, dass sie nicht von der Stelle kommen. Dann gehst du jetzt einfach mit dem Panzer durch. Ganz easy. Ja, wenn es nur so easy wäre. Nö. Nö. Ich mache jetzt einfach hier platt und dann... Dann da unten rein. Da unten rein. Siegfried Blockhaus, sieh weg damit. Sieh weg damit. Nervt. Sieht nicht schön aus. Ist zu blockig und sieg. Fried heil. Fried heil. Okay, ich habe das jetzt eigentlich bombardiert mit drei Bombern. Wohlgemerkt. Ja, sehr massiv. Ja, sehr massiv. In Zahlen drei. Aber ernsthaft, jetzt muss ich noch einen vierten drauf gehen und wahrscheinlich bomben sie den mir dann weg. Ja, Hauptsache das Blockhaus ist weg. Dann hast du freiere Bahn. Du, Panzer. Sind das die Raketen, Panzer, Panzer, Panzer? Nee, die Raketen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie sie heißen. Aber du kennst die ja sicher. Die haben oben drauf eben so ein... Ja, was weiß ich. Raketen. Die Loda, ja. So kenn ich was. So kenn ich was. Die schießen halt auch sehr weit. Die habe ich in der Demo gehabt. Die waren echt ganz nützlich. Mhm. Damit habe ich über große Flächen... Ah, Pack. Ah, Pack. Ja. Nee, nee, eine Luftabwehr war das. Okay. Sehr gut, General. Die Lorten lassen schön grüßen. Na ja, sicher. Und jetzt? Den schweren Bunker vernichten. Hm. Jetzt brauche ich erst wieder all meine Jagdbomber. Ach, und die sind noch nicht da? Das steht bei drei sehr leicht da. Hm? Äh, doch. Die leben noch, oder? Ja, gut. Ja, gut. Danach schickst du vier Jagdflieger, wenn es geht, da rein in den Luftraum, um den zu clearn. Und mit dem Panzer gehst du da auf die Flugbasis los. Was ist los? Jetzt das Dumme ist nur, ich werde hier hinten angegriffen. Was ist da wieder los? Ach, hier können wieder nix. Ne XD. Hallo, ihr seid Jagdbomber, oder? Nee, ihr seid Jagdflieger. Ich dachte, ich kriege ihn nicht klein. Ja, noch ein paar Griffe. Kriege nicht klein mit meinen Jagdbombern. Ist eben ein schwerer Bunker. Da kannst du nichts machen. Ja. Aber ernsthaft? Vier Bomben? Jetzt töte ich erstmal das Flugfeld hier. Ja, okay. Sterb mal, Bunker, bitte. Geh mal. Geh mal nach Hause. Tee trinken. Es ist schon 0 Uhr. Musst du nicht morgen früh raus? Doch. Habe ich ja schon mal gesagt. Aber, naja, egal. Naja, egal. Ich schwör, das Problem ist ja Schule. Ja. Scheiß drauf. Na gut, nicht ganz. Scheiß drauf könnte sein, dass ich eine Prüfung habe. Ja, schön ist das Leben. Ohne Schule. Ja. Ja. Ich freu mich, wenn ich wieder arbeiten darf. Ja. Ach, Panzerbass ist weg. Die nervt. Die nervt. Und danach MG-Stellung weg. Und ich glaub, der Bunker ist weg, oder? Der Schwere. Nein, der steht noch da. Ach so, unter den... Ah, okay. Die Panzer sind grad drüber gefahren. Dann zieh deinen Panzer ein bisschen zurück. Nee, nee, ich fahr einfach hier hinter. So, bumm. Ach so, die gehen da mit dem MG drauf. Sind die dumm? Ihr habt Bomben, Leute. Das kannst du nicht einstellen, ob die Bomben oder nicht benutzen. Nein, ich kann... Es ist irgendwie selbst entscheiden, was die für... Ach so, Mission erfüllt. Okay. Geht doch. Geht doch. Jetzt habe ich zwar keine Zusatzpunkte bekommen, aber naja, kann man auch nichts machen. Sinn. Hauptsache, die Mission geschafft. Ach so, jetzt ist er vernichtet. Ne, boom. Boom. Passt doch auch noch. So schön im Abspann noch die Punkte geholt. Ja. Ach so, du kannst aufsteigen. Ja. Mal gucken, wie ich aufsteig. Boah, und was bringt dir das? Das habe ich noch nicht wirklich überrissen. Aber hey, Spielzeit 1 Stunde 12. Okay. Ja, vielleicht schaltet das so langsam mal die Einheiten frei oder so. Ne, ich glaube nicht. Weil ich habe immer wieder andere. Ja, okay, gut. Ja, okay, gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Und das nächste Mal geht es dann mit der nächsten Mission weiter. Jo. Jo, tschüss, ne? Jo, tschüss, ne? Dann bis denne Mal. Dann bis denne Mal. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute.